Ja, heute fühle ich vor Ort, aber das ist mein Kelenk. Mh, Aua! Juhu! Mh, Zaha! Juhu! Ja! Mh, Zaha! Mh, Zaha! Mh, Zaha! Mh, Zaha! Mh, Zaha! Ja, was ist? Eh, Arne heißt nicht mehr. Kannst du hier nicht tun? Was? Was? Mh, Aua! Ich guck dir grad zu! Wen! Du! Also du willst dir auch rausgehen? Ja. Wir haben ja mal was. Was mach ich denn? Du springst! Guck mal, wie die Alex alles klaut. Alex! Alex! Ja! Ja! JASZ Ich könnte eben nicht Müller sanktieren. Ich werde die descend j компании, ich würde gone sagen.. Waaaa! Kira? Ja! leute ich bin eben noch zwei leute ich wüsste nicht nachsehen ich hab dich zum heilen bringt die minis hey wieso kommen so viele rein Hello guys, you all can suck my breath. Anschluss dann alle. Ok, warte. Ah, nee, nee. Ah, nee, nee. Warte. Nee, lass, lass. Nee, lass, lass, lass. alles ich brauche dass du eine papp bekommst ich mach gerade ein video ist das schlimm okay was ich verstehe dich nicht es ist zu laut auf youtube wie heißt es ist ja es ist egal weil ich nicht weil ich alle ja ja Alex, du musst... Alex, bleib nicht stehen! Jemand kann nicht schneiden! Alex, helf ihn! Junge, wo ist der Erblut? Alex, du stirbst vielleicht! Ja, Alex muss, glaube ich, rausgehen! Alex, helf ihn! Ja, Alex müsste rausgehen! Okay, mach aufs Match verlassen! Jetzt soll das noch nur zusammenspielen! Ich wollte es noch nur den Obstiziden! Ich habe den letzten Tag daheim gelangert! Mh, 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 Mh! Ich habe eine Bumbum-sackalacke gemacht! Ja, haben wir auch! Die, wo zu viel sind, oder die, wo gerade als reinigt, also der, wo Krummsuche ist, mach nochmal so Krummsuche! Also, ich krieg jetzt keine Ressour! Ich mach nur... Ich zeig euch... Ja, okay! Ja! Okay, mach bereit, mach bereit! Mach alle bereit, Leute! Ey, Leute, wartet! Lass mal alle mir das genehm, wenn ihr mir das habt! Und wenn ihr Shadow aus, zieht sie einfach den Shadow aus! Ich hoffe, ich hab Shadow! Und nicht, dann ist blöd! Dann zieh ich! Dann zieh ich! Nein, ich hab nur und denkste leider egal! Wollen wir's so machen? Guck, irgendeine Musikkarte-Shadow, wir sehen uns so, wie das ganz normale Ich hab nicht verstanden! Muss ich dich mit stärken, durch alle? Ey, mach... Ey, sag mal, die beiden sollen bereit machen! Mach da bereit! Wir gucken einfach Platz 90 Schuhschau... Schuh! Leute, heute machen wir einfach ein ganz normales Video! Eine ganz normale Runde! Ey, ich würde gerne jetzt klicken! Ja? Ich verlasse und du kommst einfach mal rein! Wie heißt du? Alex Kim! Ja, okay... Ich verlasse auch... Ich verlasse auch... Egal, lass sie mit ihnen spielen einfach! Okay! Lass du es ja kommen! Warte, hast du TNT in Weiß? Ich hab sie mit ihnen gemacht! Hast du Inglos in Weiß? Nein! Hast du Midas in Gold? Ja, okay! Ja, okay, wir nehmen ihn! Ja, okay, wir nehmen ihn! Warte, hast du auch diese, ähm, Flügel? Ich hab's glaub ich nicht gesehen! Ich hab's glaub ich nicht gesehen! Ich hab's auch nicht gesehen! Den hab ich auch gemeint, aber ich... Ich weiß nicht, ob ich den habe! Ich guck mal! Ja! Ja, die kriegt jede Koste! Wenn nicht, dann lass einfach die hier ja nehmen! Wir gucken einfach jetzt ein paar hundert Leute zu! Und wie viele Kommentare das schreibt jemand? Warum wir zusammen spielen? Ich weiß nicht! Okay, schreib den Epic Name! 2 wohl... A ku 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 ku... Wie? A ku 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 mu ? criticize sie nur denen zu los�akelikum? Ich kann Hello! Äh, excluded wie viele Pe JOSH und сосun biết она oder awarded bei den énormémenten Instanz... Ich habe ein... für wen電- exciting! cia4! Ich weiß, wo ich immer eine Lieder in der Pumpe oder so fast bekomme. Ja. Bei TNT, mit Versorgung. Ich weiß, dass Coco geht. Hier geht es bei mir und dann geht es mit Versorgung. Also nicht drunter damit. Okay. Das ist der, das hier liegt auf der ganzen Welt. Okay, kann ich, kann ich. Machst du auch YouTube? Nee. Aber ich werde es zurück anfangen. Wie ist ein Park? Och, okay. Auch wenn da kein guter Loot immer für mich kommt. Egal, komm, lass dann hin. Du springst so. Dann lass einfach Lazy Lake gehen einfach. Du gehst doch gleich, jetzt gehe ich aufflashen. Ich hab mir Bock alleine zu gehen. Ich bin auch nicht zufrieden. Erstens soll ich, du bist ja echt nicht gut dran. Du machst das nicht zufrieden. Du machst einfach nicht zufrieden. Wollen wir einfach bitte kommen, lass hier gehen einfach. Das ist auch gut. Okay. Ich geh jetzt, hol dir diese Gepopter und dann rieche ich diese Gepopter. Komm mit dir. Und das ist echt das Beste, die ich da nicht bin. Und jetzt hab ich jetzt halt da hinten Lama, also da. ich habe Spaß gemacht ich sehe gerade kein Haus, keine Häuser ja, hier hinten ist das Haus ist das Winterhaus ja gut, guck mal wo ich bin warum wird die Toiletten noch so länger überleben? wir müssen die ganze Zeit bei Blasenpark sein oh mein Gott, ich habe einfach eine Pum bekommen, einfach eine Lila eine Pum ich gebe dir die einfach, ok? ok hier ist das gleich? was? nein, ich habe schon eine goldene Piste zeig ey, schau auf auf, nicht nur du hier unten hier unten hier unten war die Wundepistel ich bin eigentlich voll gut mit der Pistel ich bin der Beste aus meiner Klasse mit der Pistel, ok? das wird schon leicht sein komm lass jetzt nur auf Püls gehen eh? weißt du ich bin mal mit meiner Pistel ich bin mal mit meiner Pistel ich muss mal so einfach aus Kondition wir können ich bin ein die Kiste hey, kann ich die Kiste auf Ede? ich bin mal mit okay dass es geht ich habe gute Waffen ein und die leckten kann hin natürlich bekommen die Farbe die Bekommel mit die Farbe aus dem Sankt wo auch schon wieder nicht ich mach doch schon ich will die karte ich will nichts aufmachen ich kann ich kenne ich kenne ich kenne ich kenne ich kenne ich kenne komm hier ich klicke ja geht jungen jungen der lud geht ich bin ein spieler jungen wunderbar jetzt kommt von was ok genau ich glaube es ist auch wichtig ich bin auch ich bin auch ich bin auch kein gegner und ich spring runter ich bin einfach hobbyluft und spring runter du bist auch hobbyluft fähig du bist auch hobbyluft fähig das sind drei kisten warte wir müssen im araten was für eine kiste ist ok du darfst sie noch nicht aufmachen komm schon wenn wir die beide wollen ok Lass mich auch einkillen, lieber du. Okay, dann mach ich ja deinen auf. Tschüss. Guck, wo dein Team halt ist. Guck, wo dein Team halt ist. Guck, wo dein... Lass mich einkillen, bitte. So, geh, ein Bot. Ja, na gut, Juni. Lass mich die Felsi-Farm gehen. Ach, ich... Okay, geklaut. So, gib, ein Buch. Lass mich die Felsi-Farm. So, bis überall so viel. Sie sind mit inneren Schienkippen kommt. Aber, es muss ja nicht tun. Also, letzter Hunde... ...alleine viel letztlich. ... dann heißt es, ein Buch, ein Buch, ein Buch. Allerdings, ein Buch, ein Buch. Dann kann man nicht... die 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 2 2 2 2 2 2 dort steht nun ist ja nicht nur ein okay ich will gehen jetzt ist es noch Spaß Einfach gleichzeitig runtergesprungen. Was, du kommst? Rocket Launcher. Ich suche nach... Was denn, weißt du? Du kannst es haben, ne? Ich suche nach Gegner. Hast du ein bisschen Stein und Holz? Nein. Holz habe ich gerade. Ich habe Stein, Stein und Holz. Noch Platz! Noch Platz! Ja dann, ich stehe auf, ist mir gerade. Du kannst hier auch sitzen, ne? Ich habe gesagt, du sollst nur Platz haben. Du sollst nicht hier aufstehen. Und lass mal bei... Dings da, wie heißt diese Stadt nochmal? Agency. Egal, komm! Komm! Wir hier sind auch immer geile Waffen. Du kriegst eine... Warte! Ein Boot ist ein Boot! Ey, warte auf mich, das ist unfair! Wir, warte auf mich, das ist mein Beetle. Oh! Ja! Nein! Das ist mein... Oh, das ist ein Gegner, ich will die, komm hier Gegner bitte, das ist diesen Zuland. Geh mal, rocket, geh mal, rocket. Geh! Da ist ein Schuss. Komm, also. Nice, man. I really appreciate that Schuss, man. I really think so. Nehm die Grüne. Welche Grüne? Pam. Und die MP für die Pistole. Mach's doch, Allah. Was ist das? Ach, du musst nicht. Ich habe was gefunden und das ist schön. Und ich glaube, das findet jeder... Oh, mein Gott. ...habe ich mich erschreckt. Ging drüber nach. Ich bin der dümmste Mensch. Kriege ich das bitte? Wenn du schon ne Auge. Da kommt sie. Ne, ich habe keinen Bock, bitte außen. Mach die Jump-Heads weg, die Jump-Head-Dinger. Was denn? Für die Minis. Die sind gut. Egal, ne? Aber scheiße. Warte, lass mich ihn dann benutzen. Warte, lass mich ihn dann benutzen. Lama. Ich sehe keinen Lama. Ich sehe keinen Lama. Ey, gib mir auch was, du Penner. Ah, du hast nichts bekommen, du Knecht. Er hat dich so abgezogen. Unfair. Sag Splitted-Mats. Du sollst... Warte, ich kriege kurz den Gegner. Hä? Ich stehe doch aber auf den... Was ist das für eine Scheiße? Lass mich ihn killen. Er ist ein Bot. Er ist ein Bot, bitte. Ja. Komm, ich bin... Ab. Ab. Okay, gib mir auch ein paar Mats. Das ist unfair. Sag Splitted-Mats. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich war jetzt vorerst. Komm, mit Lamp-Head, komm mit Lamp-Head, komm mit Lamp-Head. Komm jetzt. Du kleiner Blödi an. Ich werde dich jetzt skillen, du Bot. Das war der dümmste Jump-Head der Welt. Ey, schiele doch auf dich. Hey, schiele doch. Lost in Space, 800.000. Folge, 90. Staffel. Lappi, du hast es gemacht. Ah, nein, dritte. Ah, nein. Nix, 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 nix. Ich will gleich Splitter-Screen. Ja, okay, mein Bruder will gleich Splitter-Screen spielen. Dann können wir schon mit einem Ritt spielen. Mein Bruder ist ein richtig guter Spieler. Nix, 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 nix. Alter, hab ich mich entschreckt. Soll ich mein Medikin geben da so? Ja, okay, Epic, Epic, man geht immer. John D. Matt geht an. Das wird jetzt schwer, aber geil. Ey, wollen wir tauschen? Du bekommst meine Rocket Launcher gegen Sniper, denn mit Sniper bin ich richtig gut. Was für Rolex? Nuppe her mit der Chopper. Ich weiß mein Bruder. 0690. Da, das, links, da, Ruto. Du hast, ich kann nicht zielen. Und was denn? Wow, wow, wow. Mach Rocket Ride. Du landest ja am Wasser. Ja, wollen wir Rocket Ride? Why? Mein Bruder sagt auch Rocket Ride, du sagst auch Rocket Ride. Ah, Junge, ich hab auch... Okay, komm, mach, 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 mach. Okay, komm. Nicht so, ich will aber so. Äh, mach also den Boden. Nein, du hast, das reicht schon. Mann. Mann, du hast mich. Mann, was machst du denn alle? Lass mich dann machen. Spring. Ich kann das nicht. So, ja, reicht. Wie ich ausschiegt? Nun, du bist tot. Du bist doch so lust, Arlen. Warum springst du da schon runter? Ja, lass mich. Gegner! Bitte, finish ihn, bitte. Bitte, sei nebenan. Bitte, bitte, bitte. Sag, wie haben wir das noch gemacht? Ah. Wir müssen sterben. Wir müssen sterben. Was? Wegen mir? Du hast doch Rocket Ride gesagt. Wie soll ich das machen? Ja, aber du bist doch unter das Team. Junge, wie soll ich dann gehen? Wo war noch Wasser? Wo war noch Wasser? Ja, vor dir. Okay, ich war da, Junge. Du denkst, ich geh so weit weg, dann stirbst du doch. Junge, nee, Junge. Heimbereit! Du machst mal eine Kopfhörer da. Ah, ich will die Kopfhörer da. Ah, dann mach ich mal eine Kopfhörer. Warum? Du sollst mich immer noch verschören. Ja, hol die Kopfhörer. So, warum schlage ich mir auch meinen Kopfhörer? Ah, doch, was ist denn so viele Likes? Hä? Hast du schon mal ein Like bekommen? Ja. Wie viele? 50.000. 50.000. Ja. Ja. Ich mach mal. Hä? Dada, was hast du gemacht? Gar nichts. Ja, aber wenn du... Spielen wir in dem Squad? Lass die Leute verarschen, okay? Wie? Ja, du hast meinen Account gescannt. Du hast meinen Account gescannt. Okay? Tu mal, du hättest... 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 Gib meinen Account wieder, Junge, du spaßt. Gib ihn wieder. Tu jetzt so, komm, lass mal kurz üben. Gib meinen Account wieder, du spaßt. Ich sag Spaß, du musst dir was anzufangen. Gib meinen Account, du spaßt. Welchen Account du spaßt? Wir müssen schon... Du hast zum Beispiel deinen Account gescannt. Ja. Wie du die an. Okay? Okay. Wir üben kurz. Wie hast du meinen Account gescannt, du spaßt? Ich hab doch gar nicht deinen Account gescannt. Doch, du musst sagen, hast du verdient, du board. Sag. Hast du verdient, du board. Ja. Junge, lass mich abschicken. Kamme kreativ? Ja. Nee, 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 nee. Halte mal. Vielleicht geht das jetzt. Aber ich bin schon hier. Ja. Mejito. Mejito. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Okay. Obwohl es schon schnell ist. Mejito. Mejito. Na, kommunal. Kreativ? Ah, deaktiviert. Gut, geht nicht. Lass uns mit Ajax spielen, oder? Wollen wir mit Amma spielen? Mit Amma? Ja, können wir. Gerne. Macht Spaß. Er ist gut, du bist gut. Ich bin schlecht. Mit diesem Alex King. Was für ne Spaß der ist. Mit dem Max. Geh doch auf Freundes Team zufügen. Dass wir mit ihm spielen können. Egal, geht nicht. Doch. Na, du oder Teams können wir spielen. Nee, lass ein Team spielen. Lass aber random Leute verarschen. Okay, lass random. What? Ey. Lass mich meine Sachen nehmen. Von was denn, Skin? He? Was sind denn Skin? Ein diesen. Geil? Er ist aus meinem Battle Pass. Von welchen? Von diesen neuen. Das ist cool. Ich war auch von diesen alten. Welchen? Von diesen ähm... Schürt! Von diesen? Nicht von diesen. Von der anderen Season. Habe ich den auch? Wo hat Wasser gehört? Habe ich den auch? Nein. Wie weiß denn ich? Habe ich nicht den Wasserbettepass? Da steht kein Wasserbettepass! Äh, da mit diesem... Ein Skin. Dieser mit dem Ballkopf. Hast du nicht! Warum? Ich habe doch Season 11 gespielt. Habe ich mir keinen Bettepass? Warum hast du bei dir gekauft, bei mir nicht? Du hast mich doch bei den Rockstecken gefängt, bisschen Katze. Ach ja, stimmt. Ich habe ihn noch mal abgebrochen. Schuh Level 100! Wer? Weiß ich. Hör jetzt auf, Mann! Du wohnen, du wohnen! Ich fick deine Mutter! Mach witz! Mach witz, du dumme Idioten so! Kann ich mal ein bisschen die Scar haben? Äh, die Grappler?